Servus, hallo Leute, ich bin's euer Mr. Slicer. Ich muss leider zwei Sachen ankündigen. Erstens, Herr der Ringe, online kann ich leider nicht aufnehmen momentan, weil mein wunderschönes Aufnahmeprogramm nur den Ton aufnimmt und nicht die Bildqualität. Also das Bild halt. Also wird davon erstmal nix kommen. Es tut mir selber weh, weil das Spiel macht Spaß. Und, naja, ich werde auf jeden Fall alles mögliche dransetzen und versuchen, dass es wieder funktioniert. Verzeiht mir und nehmt es mir bitte nicht übel. Zweite ist Brickforce. Brickforce kann ich leider nicht aufnehmen, weil das nach circa sechs Minuten sich wieder schließt. Warum, weiß ich noch nicht, aber ich werde auch da alles dran setzen, dass es wieder funktioniert. Und, ähm, hab ein bisschen Nachsicht. Ich bin halt noch am Anfang und, ähm, nehmt es mir bitte nicht böse. Aber dafür werden die anderen Sachen natürlich, äh, weitergeführt und weitergemacht. Ich mache jetzt auch ein neues, äh, Rollenspiel. Von daher, ähm, das, das läuft auch. Wird auch aufgenommen. Und, ähm, ich hoffe, es wird euch gefallen. Also, bis dahin. See ya! Uh!